Wann kommst'n du? Guck auf a map. Das dauert ja noch ewig, bis du hier bist. Wurm! Ja, Wurm. Pack'n wieder ein. Irgendwie hab' ich mich hier verrannt. Verrinnst du dich auf die Dinge, wa? Irgendwie komm' ich von der falschen Seite an diese Quest-Gebiet hier ran. Hallo. Was müssen wir tun? Hinten mit der alten labern. Und dann wieder zurückkommen. Hä? Mit der kann man nicht reden. Hinten mit der... Hier kann man nicht reden. Die will nur verkaufen. Mit der doch nicht. Da hinten mit der... Ja, da hinten kannst du lange... Sehe ich, was du da auf dem Monitor veranstaltest. Ja, normal solltest du das Pingen sehen. Ach, Pingen. Map ausgeblendet. Cool. Auch den Platz zum Gucken, ob da ein Alley fliegt da oben rechts. Jetzt... In diesem kleinen Ding fliegt der Alley. In diesem kleinen Ding fliegt der Alley. Dann können wir ja jetzt fliegen. Mö. 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 Raus damit! Möge eure Klinge niemals... Und da... Das gucken wir schon. Meine altbewährte Methode... Ach, ich habe gedacht, jetzt kommt die... Bombenkuh. Ne, der fliegt uns ins nächste Gebiet. Deswegen war ich ja irgendwie ein bisschen... Aber mach wir mal, was du da sagst. Ja, dann machen wir mal das, was wir hier sagen. Hier gibt es ja eh 1000 Kuhs. Die sind gar nicht mal so schlecht. Ich finde die Kuhs jetzt kommen cool. Außer Zangermaschen. Die sind doof. Flieger. Flieger. Ah, grüß mir die Sonne. Ich bin von dem Verlassenen. Die ist von dem Verlassenen da hinten. So sieht's auch aus. Hier gibt's noch eine Kuh. Hier vorne gibt's noch eine Killkuh. Ja, eigentlich sollten wir aber die Eins und die Zwei da mal machen, ne? Ja, wir machen jetzt sieben, fünf, sechs, vier, drei, zwei, eins. Bam! Äh, kann er auch nicht. Kopf des Walkmeis. Das ist doch ganz einfach, die Kuh. Ich kann mich übrigens noch sehr gut daran erinnern, wie du hier versagt hast beim Augeholen. Das ist auch nicht einfach. Ach, das gehört mal wieder ihm. Eins. Wie viel Blut brauchen wir denn? Zwölf gekochtes Blut. Das ist zu weit enthalten. Hier. Ganz viel Glück. Blut oder was? Stimmt. Ich hab leider noch kein AE, sonst würde ich das dir mit AE machen. Blablabla 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 Müssen wir insgesamt zwölf haben, oder äh? Wie ist das? Keine Ahnung. Hier kannst du nochmal pullen. Hier sind extrem viele. Schön, dass du die ganzen Pflanzen hier weggelootet hast. Basti. Waaah? Was? Dann loot ich mal was. Was? Ich würde nie, äh, Kräuter wegfahren. Ich bin doch Leder rauf. Boah, was würde ich darum geben, ey, ein Level zu machen hier jetzt noch. Also nachdem. Damit ich endlich Dolchfächer bekomme. Der kam doch auf 60, oder? Ich gucke vorsichtshalber nochmal nach. Ja, der kam auf 66. Schöne Sache. Müssen wir also noch sieben Level warten, bis ich mit aehen kann. Das andere Schild verfehlen kann als Tenga. Hast du echt vergeigt, wenn du da in so eine Gruppe rennst und das Schild verfehlt. Jo. Kriegst du das Blut mit? Wat? Kriegt nix mit. Dann muss jeder zwölf sammeln. Äh, die sind alle fast neutral gewesen. Aber er mag es, meinem Damage vor mir zu stehen. No. Jetzt kriegt er aufs Maul. Das war's wert. Aber du auch. Oh, feiger Hund. Ich lasse mich doch nicht von Krebsen köten. Ja, komm, wir machen die in die Hats. Splittifisch. Höllen, Feuerballwerk. Oder sollen wir noch eine warten? Die ist von 58 bis 67. Ich weiß nicht, ob wir die Kuh jetzt schon kriegen. Sollen wir mal rein? Warten. Ja, zu lange warten ist auch doof. Dann sind die Kuhs da drin auch nicht mehr das, was sie mal waren. Komm, wir warten den einen Level noch ab und dann gehen wir da rein. Ich hab Angst um meinen Festplattenspeicher. Ist der mitten in der Inni abkackt, wäre natürlich suboptimal. Interesse daran, mal hier oben ins Lager zu kommen? Ich muss hier Blut in den Kessel werfen. Ja, ich brauch auch noch Blut und dafür muss ich die töten. Wie viel hast denn du gekauftes Blut? Bitte drei. Vai. Ich habe zu wenig Energie. Bist ihr immer noch am Blutwerfen? Also jetzt bin ich zumindest erstmal mit dem Blutwerfen durch Wo bist du jetzt? Da hinten Hier ist ein 62er Mensch Ich habe immer ganz viele Mobs geedit Ja, du bist ein Held, immer so schön weit weg, ne? Du bist doch vorgerannt Ja, was soll ich denn da warten? Ja, eben, warten Das ist das Motto Das ist W.O.W. und nicht W.O.W. Du wolltest doch warten Na, kann ich das Höllenwirbelkraut hier mitnehmen? Und das Höllenwirbelkraut hier mitnehmen? Den brauchen wir noch nicht Okay Wieso greifen mich diese Skarabähen an? Ich hab denen ja wohl gar nichts getan. Stirbst du wieder? Da steht einer im Kessel. Holer Kessel. Grilocks Auge. Jetzt kommen sie noch, ne? Wenn du sie gleich brauchst, kommt keiner mehr. So, neun Stück hab ich. Da kommt mein zehntes. Äh, mein Elftes lässt auf sich warten. Jetzt hab ich hier drei Mobs. Okay, mach ich die eben auch alleine weg. Ja, räum weiter. Das schaffen würdest du. Schaffen wär jetzt nicht das Problem. Ein Blut? Na, dann brauch ich noch eins. Der da hinten hat bestimmt eins. Der mich aus dem Stealth geholt hat, obwohl ich hinter ihm war. Der hat mich gerochen. Der hatte nix. Da hinten, den hole ich mir jetzt ran. Ja, da ist mein letztes Blut, was ich brauche, um zu überleben. Vampir. Schleichen wir uns dann jetzt mal oben an den Walkmeister, obwohl den kann ich alleine, glaube ich, töten. Dann kannst du irgendwie hier unten warten. Wenn du den nicht mitkriegst, hast du Pech gehabt. Was willst du von diesen Käfern? Haben die dir irgendwas getan? Ja. Und was? Wer fand ich jetzt so viel? Hast du den mitbekommen? Äh, was heißt mitbekommen, aber kannst du den looten? Kann man gleich sehen, wenn ich irgendwie da bin. Ja, komm einfach durchgeritten. Wir töten hier alles, was am Ende des Pfades auf dich kloppt. Ist das ein Ellie da hinten bei dir? Ach nee, das sind tausende Mobs. Ich nehm dir mal einen Empfang. Tag. Das ist meiner. Kannst du den looten? Wenn ich einen sehen würde. Der liegt da im Dreck. Ja. Da kommt der Teufelshächer. Wollen wir jetzt noch eben die Soldaten töten? Welche Soldaten? Die Geistersoldaten, die da... Oh, wir müssen doch noch das Auge holen, oder nicht? Nö, erst wenn wir das abgegeben haben und alles. Wir können ruhig mal zu den Soldaten rübergehen und eben guten Tag sagen. Da kommt auch die Drop-Quest, die die droppen. Und dann können wir die auch abgeben. Mit allen Quests, die wir dann in dem Gebiet abzugeben haben. Und der Inni sollten wir, glaube ich, 60 werden. Ich kann das noch nicht tun. Machen wir den Hecher schnell weg? Ja, klar, machen wir. Greif schon mal an. Ich hole eben nur das Höllenkraut. Hier, dann bin ich da. Guck mal, was du da pullen kannst. Geil, oder? Guck mal, wie die hier aufgereiht stehen. Du gibst jetzt nicht erst ab, oder? Pfeife. Hast du jetzt im Echt, hast du den Höllen-Ding echt angegriffen? Nö. So weit kam ich leider nicht. Bist du am Aldi gestorben? Am Aldi bin ich nicht gestorben, nein. Hier auf freiem Feld, nicht im Aldi. Das war mal wieder witzig, witzig, witzig. Gib doch nicht ab. Mach doch erst alle Cous. Nee, ich bin nur still eh hierhin. Warum? Weil? Oh, schade. Gibt nichts beim Level ab. Ich dachte, es gibt einen neuen Skill oder so. Nee, aber der Kessel wird freigeschaltet. Noch eine Inni mehr, die wir heute geben. Müssen wir gar nicht. Los, machen wir die Gespenster. Dann haben wir, glaube ich, halben Level. Und dann machen wir die Inni. Dann haben wir ganzen Level. Pull schon mal. Was bist du gar nicht? Lustig. Ich renn dem Parler hinterher, der die Quest auch macht. Irgendwie nervt er. Komm, pull den mal. Ja. 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 Oh, keine Quest getroppt. Oh, getäubt. Wie kann sowas passieren bei dir? Das frage ich mich allerdings auch. Kloppy, kloppy. Immer noch keine Quest. Gibt es die nicht mehr? Oh, da war sie. Ich habe die nicht bekommen. Habe ich die schon? Wann gehen? Ich habe die nicht bekommen. Wie viel brauchen wir noch? Genug. Einen. Ja, und noch sieben Ritter. Ja, die sind aber nicht hier. Guck mal, wie erbärmlich der Todesritter ist. Der kämpft alleine gegen einen. Vielen Dank.